Oh, Fingerspuren, Fußspuren. Okay, wir können den Kühlschrank öffnen. Wir können hier auch hochklettern. Im Kühlschrank. Schuhe im Kühlschrank. Tatsache, wir können. Wir sind doch schon ein bisschen geklettert. Ja, ja, ja. Gut, ähm, das mit dem Klettern. Sehr gut. Ich muss ja auch noch lernen. Hoch. Vielleicht können wir hier entlang. Bah. Oha. Es lebt noch. Das, was da von der Decke klingelt. Hm. Bah. Ekelhaft. Na. Schnell weg hier. Schleimige Dinger. Sie kommen wahrscheinlich hinterher. Die schleimigen Dinger. Sitten wir hier mal schnell hoch. Können wahrscheinlich auch die Kiste hoch. Schnell hier lang. Ich glaube nicht, dass die so freundlich sind. Die schleimigen Dinger. Die werden mir wahrscheinlich wehtun. Oh. Eingesperrt. Ich kann da hochklettern. Bringt mir nix. Jut. Dann können wir hier irgendwie... Können wir. Ducken. gut dass mit der escape dass das bisschen mit der steuerung taste auch kleiner richter bleibt hier die kleinen drehspitz drehen der drehspitz drehen kühlchen haben angst vor mir scheinbar oha ach du scheiße aber nicht gelandet nein geht es mir weg geht weg geht weg geht weg haut ab die ekelartigen kreaturen überall nein sie haben mich Oh wei, beeil dich, nein, nein, weg mit euch, na komm, ah verdammt, Deathcounter 2, hier muss schneller, schneller sein, Sprint-Taste gibt es hier glaube ich nicht, hops, hops, hier muss ich die Tür, wie, 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 nein, nein, schnell, schnell weiter, hier, schnell, voran, hops, wir sind entkommen, hier können wir Licht machen, Laterne anzünden, hier können wir hoch, ach, kleiner Wichtel, hier bin ich hier geblieben, ich will dir nichts böses, bin kein Ekel, ich nenne das mal Ekel, so sieht das aus, hat so ein bisschen den Anschein von Egeln, schon müssen wir darüber, da ist eine Treppe, verdammt, ah, Deathcounter 3, oh nein, schon wieder hier, dann noch mal hier, hops, 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 und mach die Tür auf, mach die Tür auf, ich sterbe hier heute ziemlich oft, Deathcounter 4, kann das mal jemand mitzählen, und dann kannst du das mal mitzählen, also ich meine, heute werde ich vielleicht mit, irgendjemand muss das mitzählen, und werde ich dann für die Parts dann einblenden, oh, ich werde nicht immer mitzählen können, irgendwann wird es dann zu spannend und dann kann ich nicht mitzählen, ich bin grad bei 4, bin ich mir nicht komplett irre, 2 Discounter 4, das ist das dann, vielleicht kriege ich es auch schon zum nächsten Stream hin, na ne, im Stream machen wir das nicht, das ist, das kriege ich nicht aktualisiert, im Stream, aber für die Parts kann ich das einblenden, dann die Parts verarbeite, und hochlade und so weiter, können wir das machen, kriege ich dann eine schöne, kleine, rote Zahl, am oberen Bildschirmrand oder so, das kriege ich sicherlich hin, das Fallzeug aus, nee, lieber wieder an, und spring, sehr schön, nicht mal hoch, fallen sollten wir auch nicht aufs zu hohe, großer Höhe, da gibt es Fallschaden, wenn das nicht storybedingt ist, wie das doch mit den Egeln, sollten wir ja scheinbar reinfallen, okay, was betätigen wir da, Falschrichtung, vielleicht mal von der anderen Seite, was mache ich, na komm, hier hoch, und einmal, runter, nicht, ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier gerade mache, und ich kurbel einfach mal, aha, kann ich das irgendwo fest, festmachen, aber was, aber wie, aber wo, aber wann, wenn ich jetzt hier loslasse, geht das relativ schnell wieder zu, hops, ah, die Lute hier, da müssen wir auch schnell sein, oh wei, müssen wir hier hochhopsen, und dann ganz schnell, aber ja, nicht runterfallen hier, dann können wir das schaffen, so schnell bin ich noch gar nicht, na, ja gut, weiter um zu rennen, und los, das los und renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, verdammt, das muss mich wahrscheinlich auch noch ducken, hm, okay, das rennen müssen wir auch noch üben, na, gut, ähm, das hat jetzt hier noch ein bisschen, oben brennt ein Lämmchen, das können wir wirklich nicht mit irgendwas beschweren, können wir keine Dose drauflegen, oder so, gut, ähm, hält, um zu rennen, und, äh, die falsche Richtung, bin noch, bin ich in die falsche Richtung losgerannt, dumm an das Abendessen, ja, tschüss, dumm an da, gut, dann guck mal, dir, dumm an da, ich versuche dann hier mal weiter durchzukommen, okay, theoretisch müsste das doch schaffbar sein, halt, um zu rennen, das wird mal loslassen, müssen wir losrennen, und, na los, und, hops, und, verdammt, knapp, 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 gut, sie wird dann nochmal gekoppelt, und langsam haben wir jetzt auch raus, den Dreh, so steht auch, den Dreh raushaben, im wahrsten Sinne des Wortes, so loslassen, und sofort losrennen, und, hops, und, nice, durch sind wir, Dicke öffnen, oh, sind kaput, sind Männchen drunter, da können wir theoretisch schon da durch, praktisch auch, praktisch auch, na, oh, sehr gut, kommen wir heute schon ein bisschen weiter, als gedacht, was haben wir denn da für eine Kreatur oben, hinauf, an dem Knotenseil, an das Gitter hinan, okay, oh, oh, Deathcounter 5, ach, hier sind wir jetzt, sehr gut, da war der letzte Specherpunkt, und, ja, gut, hier einmal durch, ja, gut, die Steuerung, das ist ja, ich bin auf dem PC, nur Point and Click Adventures, hier wohnt, Käfige schleppt er da mit sich, das machen wir, wenn wir da oben sind, nicht runterspringen, jetzt irgendwo festhalten, nicht springen, da ist ein bisschen, nicht springen, hier hindurch, okay, hier können wir Licht machen, die Lichter zurück in die Welt, durch die Tür, ein scheiß Haus, Klopapier, aufs scheiß Haus hoch, oder, die Toiletten, wenn wir nicht, ob wir hier wirklich lang wollen, eine Rolle Klopapier mitgehen lassen, okay, da ist Strom, Lobe, doch, dass du das eine Rolle angriff� vasst, oder, Vielen Dank.